hallo meine lieben bei el kitchen jenna 2022 schön dass ihr heute wieder mit dabei sei vorbereitet habe ich für heute gefüllte blätterteig mit meeresfrüchten zubereitung zutaten in der infobox sowohl in einem kurzen video clip bis gleich selam aleikum herrach maghreb rewa teke serman mamischu jad g koche a tarik li sind u knin informatioon at ammachdi video marak kamerakha taakwa khaum in sha Allah bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 So meine Lieben, meine gefüllten Blätterteig sind fertig. Ich hoffe die Zubereitung hat euch gefallen. Abonnieren, gerne weiterleiten und an der Stelle danke fürs dabei sein. Bis demnächst. Assalamualikum, hier oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, schaakieren, schaakieren, schaakieren und schaakieren. Schaakieren und schaakieren. Vielen Dank.